Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir die Debirth Version von Rebirth gespielt, also auf dem Game Boy, auf dem Game Boy Color. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne reingucken. Und heute machen wir mal wieder eine Challenge. Und zwar machen wir eine Challenge, die nicht so schwer ist, nämlich die Pay-to-Play Challenge. Get in the Box. Okay, bin unterwegs, spiel. Bin unterwegs. So, und in dieser Challenge ist es einfach nur so, man hat von Anfang an 50 Münzen. Hat dazu diese geile Dollar-gleich-Stärke-Brille, die auch sehr cool ist. Das heißt, wir haben am Anfang noch sehr viel Schaden, weil wir halt noch 50 Münzen haben. Das ist ganz cool, aber ihr seht schon, in jeden Raum, in den wir reingehen, der kostet uns eine Münze. So, und wenn wir irgendwann keine Münzen mehr haben... Oh, der kostet sogar drei, sehe ich gerade. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir quasi sechs Münzen für nichts ausgegeben. Sehe ich das richtig? Ja, cool. Ja, genau. Wenn wir am Ende dann keine Münzen mehr haben, dann sind wir erstens richtig schwach. Und wenn wir halt überhaupt keine mehr haben, dann haben wir sogar verloren. Ist das nicht toll? Dazu haben wir aber noch diesen kleinen Sack unten hinter uns. Der gibt uns immer Pennies ab und zu mal. Und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall überlegen... Also Schlüssel brauchen wir gar keine, nur für goldene Truhen oder sowas. Aber in den Shop kommen wir halt mit Münzen rein. Und ich glaube, diese goldenen Räume gibt es gar nicht. Wir könnten natürlich die Bibel mitnehmen, aber 15 Münzen, das sind 15 Räume, Leute. 15 Räume, die wir da nicht mehr reingehen könnten. Und das bringt uns überhaupt nichts, weil das haben wir eigentlich schon, dieses Item. Das macht ja, glaube ich, dass man in jeden Raum reinkommt mit... Also, dass man keine Schlüssel braucht für den Raum. Sondern, dass man nur Münzen dafür braucht. Aber wir brauchen sowieso für jeden Raum hier Münzen. So. Ob wir uns jetzt diese Leben weiterhelfen, wage ich mal zu bezweifeln. Keine Ahnung. Vielleicht verliert man, wenn man keine Münzen mehr hat, auch immer nur ein halbes Leben pro Raum. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dann hat man verloren. Egal. Also, unser Ziel ist es auf jeden Fall, recht viele Münzen zu behalten. Oder recht viele Münzen irgendwie zu bekommen. Damit wir halt schön stark bleiben. Und auch bis zum Boss kommen. Und sonst... Halt die Challenge schaffen. Wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir so. Challenge schaffen ist gut. Guck mal, noch mehr blaue Herzen. Was will ich denn mit so vielen blauen Herzen? Ach du Scheiße. Gut, wir haben viel zu viele blaue Herzen. Bomben wären auch noch ganz gut, weil damit kann man natürlich auch immer mal wieder ein paar Steine sprengen oder so. Oh. The Lost spricht zu Mutti. Das heißt, The Lost hat uns gerettet? Habe ich das gerade richtig interpretiert? The Lost war die Stimme von Above quasi. Oha, dann hat unser toter Körper unseren lebenden Körper gerettet? Was? Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. So, was ist sonst in den letzten Tagen so passiert? Ich habe... Aua. Oh, Geld. Ach, wenn wir getroffen werden, dann kriegen wir Geld. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wenn wir getroffen werden, kriegen wir Geld. Okay, so können wir uns also auch Geld holen. Das ist ja cool. Dann bringen uns unsere Herzen auf jeden Fall was. So, äh, ich habe am Samstag, ja, beziehungsweise am Sonntag, naja, Samstagabend um 23.05 Uhr habe ich Star Wars Episode 7 geguckt. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn man merkt, dass Disney da ein bisschen mit eingespielt hat, sage ich mal. Weil das doch ein bisschen mehr auf Familie getrimmt war als die anderen Teile. Aber sie sind viel besser als die erste Trilogie, weil die war irgendwie richtig enttäuschend. Und an die zweite kommt es auch ran, würde ich sagen. War ja jetzt erst der erste Teil. Von daher... Kann man gespannt sein, wie die anderen Teile auf jeden Fall werden. Kommen ja jetzt wieder zwei, das wird ja auch wieder eine Trilogie. Aber da ich weiß, dass einige von euch Star Wars überhaupt nicht mögen... Ich glaube, den Kompass hole ich mir. Der wird jetzt hilfreich sein. Äh, werde ich nicht so viel über Star Wars reden. Ich wollte es nur erwähnt haben und fand den Film gut. Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn gerne an. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Und sonst war ich gestern noch bei Phantom der Opa 2. Quasi mein vorträgliches Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern, weil diese, der ist auch weg. Da habe ich auch gestern, gestern meinen Vater abgegeben beim Flughafen. Jetzt bin ich erst mal sechs Wochen alleine zu Hause. Das kann was werden. Selber einkaufen, selber kochen. Alles alleine machen, das wird schlimm. Das wird richtig schlimm. Und auch selber waschen und so ein Kack. Oh Mann. Was ist das denn hier? Lazy Worm. Fliegen unsere Dinger dadurch langsamer? Naja, setzen wir erst mal Tour of Clubs ein. Dann können wir hier nämlich den blauen Stein sprengen. Was willst du? No. Das macht glaube ich, dass wir gar keine Twinkets mehr bekommen, oder? Dann nehmen wir das mal nicht mit. Ich glaube, ich möchte gerne Twinkets haben. Aber was bringt denn dieser Slow-Effekt von den Tränen? Das ist ja voll bescheuert. Dann haben die Gegner ja viel länger Zeit auszuweichen. Oh Gott, oh Gott. Äh, nee. Nimm mich lieber nicht mit. Komm, wir schmeißen das kurz weg. Komm, geh weg. War das nicht diese Taste? War das die andere Taste? Ah, die andere Taste war es. Okay. Und eventuell sollten wir alle Feuer hier kaputt machen. Komm, schon der Boss. Cool. Äh, genau. Phantom of the War 2 war auch sehr schön. Und da werde ich, ich werde bei Musicals allgemein immer sehr emotional, wenn die ganzen Akteure, die Künstler vorne, wenn die dann am Ende applaudiert werden und alle aufstehen und so. Das finde ich immer voll, voll schön. Wenn die sich dann auch noch so richtig freuen darüber. Das ist voll schön. Kann ich auch empfehlen. Wenn ihr den ersten Teil gemocht habt, dann werdet ihr auch den zweiten Teil mögen. Und der zweite Teil ist sogar eher auf, ja weiß ich nicht, mehr auf, keine Ahnung, modernere Musik getrimmt. Ist nicht die ganze Zeit nur Opa. Würde ich sagen. Und da kamen auch so komische Farbewesen drin vor. Und ich mag Farbewesen sehr gerne. Und da, das passte alles. Ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. War das einiges Erlebnis, die wir hier hatten? Oder warum es... Moment. Ach, das ist ein Devil Womb. Ja, das ist ja blöd. Was will ich denn? Naja. Na gut, gehen wir rein. Was bringt nochmal Elgis? Ich habe es vergessen. Aua. Ich habe mich natürlich mit Absicht treffen lassen, damit ich meine Münze bekomme. Münzen sind wichtig. Wir müssen schließlich bezahlen, um zu spielen. Ach ja, wie bei den guten alten Automaten. Damals, aber in der Spielebank. So, immerhin die Kohle. Die macht uns ja auch nochmal ein bisschen stärker. Hä, aber wir verlieren Geld, wenn wir getroffen werden, oder? Moment. Haben wir diesen golden Touch oder so? Warum verlieren wir denn Geld, wenn wir getroffen werden? Hä, egal. Äh, ich wollte nochmal kurz nachgucken, was Elgis genau macht. Elgis macht... Persistence. Okay. Ist ein nettes Item. Aber wir bräuchten ein bisschen Geld. Ich glaube, 17 Münzen und wir müssen bis zu... Ne, was ist es? Mams Herz? Ne, sogar noch ein weiter. Oh Gott. Wir müssen bis zu Isaac. Oh nein. Das kann was werden. Vor allem, wenn wir nur 17 Münzen haben. Oh gut, da müssen wir rüber. Da müssen wir auf jeden Fall rüber. Komm. Ketten-Explosion. Hier. So, zumindest nochmal vier Münzen. Das wird uns auch erstmal helfen. Und das Gute ist, wir haben den Kompass. So. Heißt, wir können immer direkt zum Boss zumindest. Aber wir müssen auf den Weg zum Boss. Au. Oh ja, wir verlieren tatsächlich Geld, wenn wir getroffen werden. Was ist das denn? Ich dachte, wir bekommen Geld, aber nein. Wir verlieren Geld. Scherra. Ab, du Anze. Gerra. Was war denn Gerra? Ab, du Anze. Gerra hat verdoppelt, ne? Ich glaube, Gerra hat verdoppelt. Könnten wir einsetzen. Oh shit, ich glaube, das war nicht gut. Hä? Ach, nur Items. Hat nur Items verändert. Okay. Können wir einsetzen, wenn hier irgendwo Geld ist? Wir bräuchten eigentlich einen Raum mit ganz viel Geld drin. Zum Beispiel einen Shop. Äh, nicht einen Shop. Ein, ein, ein. Äh, ein, ein. Wie heißt die? Äh, äh, Geheimraum. Ein Geheimraum. Das war der Name. Das ist ja blöd. Wenn man dann getroffen wird, dann verliert man auch noch Münzen. Und wir werden immer schwächer, umso weniger Münzen wir haben. Oh nein. Das ist ja alles nicht so gut, wie es sein könnte. Ich meine, wenn wir die nicht mal, nicht mal, two hitten, dann sind wir aber schlecht. Okay, geil. Soll ich hier die Gerra-Rune schon einsetzen für zwei Dinge? Ne, ne? Ne. Ich nehme einmal kurz die Resistence-Karte mit. Oder die Resistence-Rude. Für den Boss hier. So. Kann der jetzt schon bei nichts anhaben. Wie lange das auch hält? Das ist voll krass. Das hält endlos. Oh mein Gott, diese Resistence-Rude ist voll OP. Ich glaube, ich hätte die länger behalten sollen. Die blinkt ja noch nicht mal. Ha, jetzt. Kurz vor Ende. Wow. Die ist echt richtig stark, so eine Resistence-Karte. Aber schon richtig stark. So, Little Chut. Hi. Gibst du uns Kisses, hä? Na hier, Rage-Stau. Ja, okay. Ist jetzt nicht so cool. Aber kann ich mit leben. Wollen wir nochmal in den Challenge-Raum? Ja, komm. Machen wir. Ich hoffe, dass es einer... Achso, ist sowieso egal, ob wir viele Leben haben oder nicht. So. Weil wir kommen ja überall mit Münzen rein. So, kriegen sogar noch eine Münze dazu. Und da ist ja wohl auch irgendwo eine Münze drin. Sogar sehr, sehr viele Münzen. Das wären an der Zahl zwölf Stück, wenn wir die Gerarune benutzen würden. Ich warte nochmal, ob wir hier vielleicht noch mehr Münzen bekommen am Ende des Raumes. Na, guck mal, da haben wir noch mehr Münzen. Ah, wir können uns ganz oft treffen lassen. Und dann die Gerarune benutzen. Das könnte sich auch lohnen. Wir dürfen nur nicht auf Null fallen. Ja, komm. Ich lasse mich gleich nochmal treffen. Hier, komm. Treff mich einmal. Treff mich. Ich will getroffen werden. Oh Gott, wieso ist das so schwer, sich treffen zu lassen? Nein! Treff mich doch bitte. Dankeschön. Bitte noch einmal. Okay. Hier zieht das ja immer nur ein halbes Leben ab. Okay, das ist irgendwie gar nicht so leicht, von dem getroffen zu werden. Hä, ich verliere drei Münzen und kriege nur zwei wieder? Das ist ja nicht so cool. So, gebt mir nochmal ein bisschen Geld. Ich brauche es. Ja? Ne, doch nicht. Soll ich mich nochmal treffen lassen? Bomben ziehen doppelt so viele Leben ab, ne? Ja, go. Wir machen Gerarune, oder? Ja, komm. Passt schon. Aber wenigstens ein bisschen Geld. Hätten wir bestimmt auch besser einsetzen können, aber passt auch so. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. So, schauen wir nochmal, ob wir irgendwie in einen Geheimraum kommen. Jo, wird auch Geld drin? Ne, aber eine Batterie. Na gut, aber jetzt erstmal sind wir wieder ein bisschen stärker, zumindest. Und wir sollten vielleicht auch Shopkeeper in die Luft sprengen. In der Hoffnung, dass irgendeiner uns vielleicht ein bisschen Geld gibt. Geld ist das A und O, Leute. Geld regiert die Welt. Ich wüsste sogar, wo der Supergeheimraum ist. Aber im Supergeheimraum ist kein Geld drin, gell? Ne, komm. Wir gehen nicht in die nächste Ebene. Der vierte schon. Und wir haben noch 30 Münzen. Nun gut, wo ist der Bus? Da unten. Links oder rechts? Was denkt ihr? Ich denke, unten. Ich gehe trotzdem nach rechts. Weil ich ein Rebell bin. Ich bin ein Rebell. Ich mache nie das, was ich denke. Was? Ich bin ein Rebell. Meine eigenen... Ah, meine eigenen Gedanken. Geil. Oh, Mann. So. Meine Gedanken habe ich zu oft in Stich gelassen. Ach, aber guck mal. Man muss diesen Raum gar nicht machen, wenn man den nicht machen möchte. Man kann jederzeit rausgehen. Wenn man den einmal aufgesperrt hat. Wenn ich das... Hä? Hat das gerade einen Schlüssel gekostet? Wir mussten hier mit dem Schlüssel reingehen? Echt jetzt? Oder habe ich eine Münze eingesetzt? Nee, ich weiß es nicht. Mein Hörn spielt mir wieder gestreiche Spieltermin. Aber das ist blöd. Wir verlieren mehr Münzen, als wir bekommen. Wir verlieren drei Münzen und kriegen aber nur zwei wieder. Heißt, Treffer sind nicht gut. Treffer sind überhaupt nicht gut. Man sollte sich nicht treffen lassen. So. Das ist eine Arcade. Okay, Arcade gehen wir mal kurz rein. Geht nicht, weil hier doch irgendwo ein Gegner ist. Ein kleiner Pui Pui. So. Und unten war tatsächlich richtig. Wow. Aber wir können uns höchstwahrscheinlich zum Basten sprengen. Nachdem wir hier uns Geld geholt haben. Das Blöde ist mit der... Ach so, die Blutbank ist gar kein... Okay. Ja, gib uns das mal. Oh. Nice. Dafür darfst du sterben. Vielen Dank. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie da durchkommen. Nein. Verdammt. Dann müssen wir wohl doch den Außenweg gehen. Ich hoffe nur, wir müssen nicht da oben irgendwie lang. Aber wahrscheinlich ist das so, ne? Höchstwahrscheinlich müssen wir oben lang. Ja. Äh, nee, dann... Ach, ich kann hier doch nicht raus. Nein. Wieso? Spiel, wieso lässt du mich hier nicht raus? Ich habe bezahlt, um hier raus zu dürfen. Aber die Tür ist offen. Schlecht programmiert, Edmund. Schlecht programmiert. Naja, wir haben ja genug. Hä, hier auch nicht? Wo denn dann lang? Ah, da ist ja... Nehmen diesen einen Pfeilraum. Oh Gott, davor ist ja noch ein Raum. Ah. Wie viel zu viele Sachen hier. Nicht treffen, danke. So, aber unserem Leben geht es gut. Wir haben auch relativ viele Münzen. Kriegen auch irgendwie immer welche dazu. Das wird schon, das wird schon. Wie wir Isaac besiegen sollen, weiß ich zwar doch nicht, aber... Ich brauche auch keinen Plan. Ohne Plan lässt es sich leicht erleben, glaube ich. Oder auch nicht. Aua. Gib mir eine Münze. Oh, cool. Danke. So, wollen wir da rein? Komm, wir gehen hier rein. Wir gucken mal. Wieso dürfen wir da nicht rein? Hallo? Hä? Wieso darf ich da nicht rein? Ich habe es aufgeschlossen. Wieso darf ich da nicht rein? Okay, was auch immer. Dann halt nicht. Spiel, dann halt nicht. Verarsch mich halt. Die Tür ist eine Falle. Sie ist gar nicht echt. Geht das jetzt vielleicht? Wieso komme ich da nicht rein? Muss ich das aufsprengen? Komme ich da jetzt rein? Nö. Die Tür ist kaputt. Die ist nur aufgemalt. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Von Anfang an. Aua. Ich hätte gerne mal diese Mais-Scheißhaufen. Die haben doch bestimmt Geld dabei. Oder goldene Scheiße. Goldene Scheiße wäre auch schön. Scheiße allgemein ist schön. Ich mag Scheiße. Deswegen gehe ich auch mal auf Scheiße bewerten. Das ist die beste Seite im Netz. Danke, danke. Da oben ist ein Stachelraum. Aber wir wissen, der kostet drei ganze Münzen. Von daher, das lassen wir lieber. Wir gehen lieber direkt zum Boss. Direkt. So gut es eben geht direkt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein Matchstick. Ja, komm. Holen wir uns. Diese Schere hat sowieso nur gemacht, dass keine Treubomben mehr stehen. Von daher, mit diesem Matchstick kriegen wir auch genug Bomben. Wow. Hat mich echt ein Scheißhaufen getroffen. Ich glaube es ehrlich. Dann auch noch so ein kleines Scheißhaufen. Ich bin stolz auf den Scheißhaufen. Dass du mir Schaden gemacht hast. Du warst ein guter Schüler. Keep smiling and pui. So. Aber irgendwie kann man dir noch nicht wütend sein. Diesen kleinen Scheißhaufen. Die sind ja irgendwie doch schon ganz süß. Wollen wir in den Shop rein gucken? Komm, wir gucken in den Shop rein. Da hätten wir noch eine Karte. Aber das kostet wieder 15. Das ist so teuer. Das ist so mega teuer. Ich nehme sie trotzdem mit. Frag mich nicht, wieso. Ich habe keine Antwort dafür. Ich habe keine. Aber jetzt haben wir alles. Jetzt wissen wir, wo alles ist. Außer die Geheimräume. Das ist ja blöd. Aber an so vielen Stellen kann der ja gar nicht sein. Aber wir haben auch nicht mehr so viele Bomben. Bomben. Da kann er nicht sein. Wo kann er denn sonst noch sein? Der kann hier irgendwo sein? Da? Ah, wir haben so wenig Bomben. Ich will es eigentlich nicht. Ich will es nicht wagen. Nö, nö. Und wir haben wieder kein Geld. Ist das nicht toll? Ich finde das gut, kein Geld zu haben. In einer Challenge, die heißt Pay to Play. So, dafür gibt der uns jetzt hier Geld. Siehst du mal. Mein Herz ist fast dasselbe wie Geld. Was ist ein grausamer Raum. Oh nein. Ein Treffer kostet drei. Ja. Ein Treffer kostet drei Münzen. Egal wie viele Münzen wir da rausbekommen. Ein Treffer kostet immer drei Münzen. Das ist öde. Deswegen hat auch der Stachelraum drei Münzen gekostet. Okay, verstanden. Verstanden. Das heißt, wir können nur noch dreimal getroffen werden, dann sind wir tot. Abgezogen, dass wir halt noch in Räume reingehen. Shit. Oh oh. Das kann ganz schön knapp werden. Diese ganzen neuen Challenges sind doch irgendwie viel schwerer als früher, oder? Also als die alten Challenges. Finde ich zumindest. Und hier ist höchstwahrscheinlich der Supergeheimraum. Nein. Dann ist er oben beim Ding ins Kirchen. Ja. Egal. Wie geht's, der Boss? Hallo, Hallo. Du bist ja jetzt nicht so als schwerer Boss. Das sollte machbar sein. Guck mal, ich muss mich nicht mal bewegen und töte ihn. Easy peasy. Okay, da hatte ich kurz Angst, Hallo. Da hatte ich kurz Angst. Oh Gott, da habe ich auch Angst. Okay. Hätte mich sogar getroffen. Glückwunsch dazu. Stipp, 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 stipp. Ach ja, Hallo. Du bist so ein schön leichter Boss. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Ich hätte aber gerne Münzen. Was könnte uns im... Na komm, wir gucken einfach nach. Na, irgendwas Gutes. Nur ein blaues Herz. Bringt uns halt auch nichts, weil... wir keine Münzen mehr haben werden. Bringt uns echt überhaupt nichts. Das hat uns einfach nur eine Münze gekostet. Naja, naja. Shit, 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 shit. Zehn Münzen nur noch, das ist voll wenig. Wo gehen wir hin, wo gehen wir hin? Wir sprengen uns hier erstmal auf, weil da ist höchstwahrscheinlich nicht der Geheimraum. Fuck. Gut, jetzt müssen wir pokern. Wir können in den Raum da oben, in den Shop gehen. In der Hoffnung, dass wir noch eine Bombe bekommen oder so. Auf dem Weg. Ach komm, wir gehen in den Shop. Wir werden höchstwahrscheinlich sterben, aber pfff. Da steht wir ja gewohnt. So, okay. Eine Münze. Das heißt, dieser Raum war schon mal umsonst für uns. Was haben wir hier? Einen super Slot. Könntest du aufhören, Spinnen zu produzieren? Die sind nämlich nicht nett. Danke, dass du mir wenigstens hilfst, sie zu töten. Ich bin nämlich nicht mehr so stark, weil ich nicht mehr so viel Geld habe, musst du wissen. Nur die, die Geld haben, sind stark. So, The Empower. The Empower. The Empower, The Empower. Dann könnten wir ja sofort zum Boss gehen. Ohne eine Münze zu bezahlen. Hätt' ja auch was. Bitte nicht wehtun, danke. Geld! Da ist Geld! Ich hab Geld gefunden! Leute, ich hab Geld gefunden! Wir bräuchten noch mal irgendwie eine Gerra. Okay, sogar zwei Münzen. Eine Gerra-Rune. Und da haben wir auch unsere Bombe. Okay, wir werden höchstwahrscheinlich im Shop aber auch noch Geld bekommen. Oder ich bin guter Ding! Hilfe! Das ist so dumm eigentlich, nach hinten auszuweichen. Man sollte eigentlich einfach nur nach unten oder nach oben ausweichen und dann kann einen das Ding ja gar nicht mehr treffen. Aber irgendwie läuft man immer mit dem Schuss so mit. Gar nicht mal so schlau. Okay. So, hi. Bitte nicht treffen, sonst hätte ich nämlich keine Münzen mehr. Und keine Münzen ist nicht gut für mich. Irgendein Bettler oder so, der ein Geld gibt, wäre noch ganz schön. Oder irgendwas, was mehr Kisten spawnt. Oh, das wäre wirklich perfekt gewesen. Irgendwie. Hm. Oh Gott. So viel Gefahr hier überall. Gabi's, 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 Gabi's Tail wäre ganz gut gewesen. Oh, fünf Münzen. Dankeschön. So, was haben wir hier? Zumindest einen Shopkeeper. Zumindest einen Shopkeeper. Der uns kein Geld gibt. Das ist öde. Gut, der Emperor ist richtig weit weg, deswegen teleportieren wir uns mal hin. Brownie, da bist du ja. Hi. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst mich garantiert treffen. Oh Gott, Brownie wird mich garantiert treffen. Wenn Brownie mich nicht trifft, dann bin ich aber überrascht. Oh Gott, Brownie, please, stop it. Gib mir wenigstens Geld, dafür, dass ich dich töte. Oh Gott. Nein, Brownie, hör auf. Nein, bitte, 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 unterlasse dies. Ich brauche mein Geld. Oh Gott, Brownie, warum? Ah, ich hasse diesen Boss. Okay, alles gut. Hälfte ist schon abgezogen. Aber wir haben noch sieben Münzen. Scheiße. Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, stirb, 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 stirb. Hä? Ach, der teilt sich nochmal. Ja, das ist ja auch nett. Süßer, kleiner Brownie. Gut, hätten wir den auch erledigt, kriegen wir eine gelbe Spritze. Eine gelbe, gelbe Spritze. Was haben wir denn so für Statistiken? Kann ja nicht schlechter werden, vor allem ist es ein Oil-Stats-Up. Okay, wir sind ein bisschen stärker geworden. Greifen dafür sehr viel schwächer an. Ach, das passt schon. Wir haben ja noch unsere zehn Münzen. Wir sind so aus dieser Ebene gegangen, wie wir reingegangen sind. Na, immerhin. So, da oben ist eine Arcade. Da würde ich dann doch ganz gerne mal reingehen. So, unsere Fireweight ist ein bisschen runtergegangen. Leider. Wir dürfen einfach nur nicht getroffen werden, dann ist alles toll. Oh. Shit. Shit, shit, shit. Hallo, Kiste, die mich töten will. Wir haben keine Bombe. Das ist jetzt aber Pokern auf höchstem Niveau hier. Ich glaube, wir bekommen da nichts. 99 Dollar, Bill, wäre schön. Ja, komm, dann gib mir wenigstens die Bombe. Danke. Drei Bomben, okay. Damit können wir ja zumindest hier irgendwas aufspringen. Kriegen wir zumindest ein bisschen Geld. Geld, nein. Lucky Rock. It shines for us. Das ist nicht der Lucky Rock. Shiny Rock. Bringt uns gar nicht mal so viel. So ein Shiny Rock. Müssen wir denn hin nach rechts. Das ist ja öde. Ein Lucky Rock hätte uns tatsächlich mehr gebracht. Weil im Lucky Rock, dann hätten wir einfach ganz viele Steine kaputt sprengen können. Mit Bomben, die wir nicht haben. Und dann hätten wir aber daraus wenigstens Geld bekommen. Ha, ha, ha. Sieht gerade eher schlecht aus für uns. Kommen wir überhaupt bis zum Boss? Mit dem Geld, das wir gerade haben? Ich glaube nicht. Okay, danke. Geld. Ich brauche Geld. Eine Münze für den Dizzy, please. Bitte spendet. Bitte spendet für den Dizzy. Ich brauche eine Münze. Bitte eine Späne. Eine kleine Späne. Hast du mal einen Euro? Späne, Späne. Ich mache dafür auch, was ich tanze. So, ein Kranenfuß. Was haben wir hier? Vielleicht ein bisschen Geld. Warum bist du nicht Geld? Was kriegen wir hier? Wir haben all unser Zeug in WeWald. So high prices. Naja, okay. Naja, okay. Also, ich glaube, wir sind stärker geworden. Und wir sind... Oh, wir haben uns alles WeWald, oder was? Wieso liegt der denn jetzt auf hier Stuff rum? Okay. Cool. Ähm, 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 ähm. Wanch down. Ja, nee, danke. Aber wir haben noch einen Punching Bag dazu bekommen. Und Stuff, das angreift. Und wir haben Bouncing Tears. Und wir haben Glow Tears oder so. Ach, keine Ahnung, was wir alles haben. Nein, will ich nicht. Ich möchte lieber das hier haben. Ja, das war doch mal ein schöner Raum. Und bis zum Boss kommen wir auch noch. Oh, wir haben Dads, Dads Fuß. Okay, ich mag unsere Ausrüstung. Wirklich, ich mag sie richtig gern. Gerade. Okay, die ist schön. Die ist schön. Bisschen mehr Geld wäre allerdings noch ein bisschen toll. Und wenn dieser Effekt weggehen würde, dass wir in jedem Raum Geld, für jeden Raum Geld bräuchten, wäre auch ganz schön. Komm schon, Geld, 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 gib mir Geld. Money, money, money. Kein Money for me. Aber Dads Fuß ist natürlich schon geil. So, wenn du nochmal tot gehen, bitte nicht treffen. Sonst habe ich keine Bühnsten mehr. Wir müssen eigentlich nach einem Geheimraum suchen. In der Hoffnung, dass da dann Geld drin ist. Das Blöde ist, der Geheimraum kann quasi überall sein. Überall. Ich habe da wahrscheinlich gar nicht getroffen, oder? Aber er kann gar nicht mal an so vielen Stellen sein. Auch nicht. Hier rechts haben wir geguckt, ne? Ja. Haben wir da geguckt? Haben wir, oder? Ach, keine Ahnung. Auch nicht, okay. Na gut. Hallo Mutti. Jetzt gibt es keine Zurück mehr. Los, geht alle zum Punching Bag. Dafür ist er da. Ey, hallo. Wieso zum Punching Bag gehen? Nicht zu mir. Ey, geil. Wir haben Lightning... Light... Lightbeams? Lightningbeams? Wie heißen sie? Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Ich darf mich nicht treffen lassen, sonst habe ich gleich keine Mützen mehr. Ach ja, Spiel. Weißt du, was schön wäre, wenn du mir eine 99 Dollar Bill geben würdest? Das wäre echt toll. Dann würde ich mich echt freuen. So als kleines Vorgeburtstagsgeschenk zum Beispiel. Oder über eine 10er-Münze würde ich mich auch sehr freuen. Na komm Mutti. Ich weiß, du willst sterben. Mach's jetzt nicht so lange. Mach's nicht so schwer. Au. Oh Gott. Wieso ist da noch was explodiert? Ach, wie öde. Ach, wie überaus öde. Ja komm, wir gehen hier rein. Für ein weißes Herz. Geil. Was bringt mir diese ganzen Herzen? Gar nichts. Überhaupt nichts. Komm schon, Geld. Kein Geld. Überhaupt kein Geld für uns. Gar nichts. Oh, oh. Vier Münzen. Ich glaube, das wird nichts. Ist er denn? Wir haben jetzt noch richtig viel Glück mit Münzen. Da müssen wir hin. Wie? Ach, wir haben das ja Wiewold. Aber wir wissen nicht, wo es hingeht. Scheiße. Gut, gehen wir nach unten. Wir haben ja noch drei Münzen, ne? Das muss ja lang. Oh man. Kein Geld? Dein Ernst? Spiel. Gib mir Geld. Oh nein. Ja, wenn ich mich hier treffen lasse, bin ich tot. Ein Hit noch und ich bin tot. Geil. Und in zwei Räumen bin ich auch tot. Ah, okay. Äh, drei Räumen bin ich auch tot. Oder halt ein Hit. Nun gut, nun gut. Oh ja, hier werde ich auf jeden Fall getroffen. Ich bin tot, danke. Gut, die Challenge klang einfacher, als sie ist. Ah, Pay to Play. Du verdammte Challenge. Geil. Bald haben wir alle Challenges durch und haben dann ganz viele davon nicht geschafft. Die einzige, die ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, war Speed und XXXXXXXXXXXXXXL, oder? Und Point Day habe ich, glaube ich, auch noch nicht probiert. Hä? Ich habe... Ja, genau. Ach, ja. Also wir brauchen noch Brains, Onan, Strike, Pay to Play. Die können wir alle in einem Stream machen, eigentlich. Ist ja jetzt gerade Urlaub für die meisten oder Ferien. Hm. Verdammt. Dabei sind wir relativ weit gekommen. Naja, zwei Ebenen haben noch gefehlt. Aber okay. Ja, macht nix. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.